hallo leute und willkommen zur nächsten folge clash of clans und ja wie ihr gleich sehen werdet die bestes besser geworden level dross amigos und wie sieht die lager und so wurden alles verbessert ich bin auch level up bei google play und habe endlich den dorfbearbeitungsmodus und ein achievement und zeug zum bauch du heilige ja wir werden noch mal viel spaß haben geschehen aufzubauen und ich würde sagen fangen wir mal mit dem hier an und aus prinzipien damit so ein bisschen einsammeln ja wir sind auch von der armee her 30 mal besser geworden ich glaube ein riesen reicht als stimmig stimmiger irgendwas wurde gerade gebaut ok und gleich wieder zum nächsten gebäude geil ok super ich würde sagen wir machen das mal das ressourcenzeug ja das dauert ja am kürzesten und ja ich wurde ein ein paar mal angegriffen und ja das dauert fünf minuten das seines und fertig dann bauen wir das schneller mit zehn sekunden ich weiß es ja und dann noch ein kopf ok das war's verteidigung was haben wir zwei bombe und dann kam mal ok war gut noch nicht noch nicht und ja wie sieht ich war schon nicht aber ja die mauern die verbesser ich irgendwann mal sehen und ich würde sagen ich baue mal die neue base die dürfte zuschauen einfach ein erlebnis an sich ganz strukturell eine normale farming base wenn das mal richtig setzen würdest da hat das mal gedauert ja ich würde sagen einfach das hier du da und du hier ja ich habe noch 25 morgen welche ich etwas später bauen werde und ja sind weil schon mal gut aus würde ich sagen so richtig ich habe eigentlich krass da habe ich noch nicht würde ich sagen einfach mal ganz kratzen kann man eigentlich sagen das tipp da auch schneller muss man sich wichtig sein meine güte so nämlich mal roten es hier Ja und ich würde sagen, wir gehen mal schnell zur, dann später zu meiner anderen, zu meinem anderen Account und schauen mal, was da gerade so abläuft, aber ich mach nur hier kurz einen Angriff, die Truppen sind voll und los geht's, okay, nein, 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 Okay, ich bin hier jetzt nicht so pingelig, weil ich hier noch zu low level bin, das heißt, ja, viel Spaß mit dem spannenden Angriff und gar riesig, ich werde schon verfolgt, wir waren an diesem hohe Reichweite, ich weiß es nicht, bei meinem anderen Account, so, hier, ich fange jetzt mal an, okay, das ist jetzt da, jetzt dürfen die anderen Tücken die nächsten sein, und diese Kion ist, glaube ich, level 3, oder 2, aber einmal geupgradet hatten wir schon, ich glaube, der Bogen ist immer noch auf level 1 und 4% bekommen wir nicht, weil dieser Bogen schon, ja, das war's mit dem Angriff, nicht mal einsteigen, tschüss, ja, Pokés und so habe ich hier noch nicht so viele, das heißt, das dürfte hier kein Problem sein, jetzt nehmen wir mal zwei Riesen, denn das neue Lager dürfte gleich aufgebaut sein, in 21 Sekunden, und, ja, oh, Gold haben wir viel, was, ah ja, Le Maus, also ich war das hier gleich, Junge, ich platz hier, ist nur schnell, sonst, falls hier mal fragt, warum willst du das Glas beschützen, erstens, Snoop Dogg hat mir, das, empfohlen, das Glas zu beschützen, weil es gut für den Körper ist, okay, nein, und ein schöner Minenwerfer dazu, yay, das heißt, ich darf meine ganze Base jetzt nochmal laufen, und nochmal von voran, yay, also ganz einfach, da noch niemand fliegende Truppe, fliegende Truppen hat, würde ich jetzt einfach sagen, dieses simple, aber fessy Design, und 50 machen schlecht, ich glaube aber bei Rata 7, da kann man schon, äh, 150, oder 175, aber naja, so weit sind wir ja noch nicht, Bombasier und Bombasier, ich würde sagen, das sieht schon mal schnön aus, eine Mischung aus schnön und schnön und jetzt noch, ja, die Lager, äh, Sammler, Lager, das sind bestimmt Lager, sieht man, wenn ich sehe, dass das ein Lager ist, dann, das ist dumm, bestimmt, jetzt ist es ein ASM, RS, irgendwie hieß das, ich hätt's doch vergessen, ASM Video, nur weil man für, okay, was ich auskönnte, klingt sich aus, wenn nicht, dann, pick dich, ja, da ich keine besondere Benutzung für diese Mauern habe, dann würde ich einfach sagen, hier und da, und fertig, neue Base, sexy wie immer, ein bisschen Off-Center, weil ich glaube, ja, das ist die Mitte von der Map, und, ja, LeTropos, ja, genau, wegen 5 nicht, 1, 2, 3, 4, 5, okay, ein Arbeiter haben wir frei, das heißt, wir könnten was machen, eigentlich jetzt, die hier upgraden, und ich sehe eigentlich, keinen weiteren Grund, mal die Folge auf diesem Account weiterzumachen, das heißt, wir sehen uns gleich beim anderen Account, und, tsch, tsch, tschau, back on the road again, oh, Ali, was machst du? oh mein Gott, ich habe seit einer langen Zeit einen Angriff nicht überlebt, okay, die sind gerade nicht der besten, ein Zauber hatte auch noch viele, also ich würde sagen, in einer Richtung hat er verkackt, aber in der anderen nicht, ja, gut, oh, ich habe einen Drachen gemacht, ja, ich habe mich, zu weh, zu weh, zu weh, okay, die Brache hat dann so eine Salute-Arbeit gemacht, wir sind die Rösten schon verbannt, der hat jetzt jetzt, oh, Alter, okay, ich weiß, dass ich bin, wie mein Sammler hat da, aber, das jetzt nur auf die geht, oder ein bisschen Hirn-Tot, würde ich sagen, also, meine, die Brache hat ja keinen Schaden bekommen, was ist er denn da gemacht? äh, und ich habe in der letzten, so zufällig gemacht, das Sound war viel zu gau, aber jetzt habe ich mich ein bisschen runtergedreht, Bumm, Badawinkau, wo sponntet die alle so, wie rum sponntet die so einzeln, wie mag ich hier mit der, in der Nähe alles, wo die man hier kommt, und der Drache lebt immer noch, oh mein Gott, was ist mir los, und der Drache lebt immer noch, was hat denn da in seinem Leben falsch gemacht, was er gefehlt hat, was er geschaut hat, weites Auer mit dem Team, hat er auch nicht getan, überhaupt nicht weit, weil er schon kurz dort, und weg, okay, hat er aufgegeben, hat nicht mal den Trank benutzt, und, 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 aber ich habe einen Kriegsbonus erhalten, ist gut, also ich frage der Clan, das ist mega Empire, pfff, irgendwie, äh, ich jam die mal, weil das ist ja jetzt wieder, nexty gratis, also, hast, und, le achievement, thanks, habe ich gebraucht, ja, die verlorene Kriegsbeute, einsammeln, den Stamm da anfangen, weil ich ihn nicht mag, und wie ihr seht, ich habe immer noch den alten Weihnachtsbaum, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einen Angriff gleich, ciao, ciao, okay, ich würde sagen, wir haben schon eine, äh, IQ, von 50, Base gefunden, ja, äh, mit meinen Truppen würde ich sagen, ich kann den, jetzt zwar nicht physisch, die MLG Nose Cope machen, aber, ja gut, und ich habe mir gedacht, äh, ich, spiele nur auf dem Account, den, oder auf dem YouTube Account, den ich vorhin gezeig habe, das war, äh, Rathus 3, und sage, äh, da arbeite ich jetzt nur weiter, wenn ich gerade aufnehme, das heißt, ich mache nichts weiter mehr, ja, auch, äh, ich würde einfach sagen, ich baue jetzt dann, zu viel weiter, äh, äh, Fliegenschutz kriegen, bestimmt, damit zu tun haben, und, ja, falls euch fragt, ich will nur ein paar Prozent, und, äh, und dann sind die meisten, die Leute von ihnen draußen, und ich will auch ein bisschen, passieren, das war's, ich bin schon, ich bin wirklich in seinem Lagern, auf die Zone gibt's schon nichts, ich halte den Kameraden, nur um ein bisschen, mehr Demix zu machen, ich glaube, ich habe meinen Drachen auch in der Tarnburg, aber ich bin benutzt, stimmt nicht, unter der Folge, ist gleich leider auch zu Ende, weil ich darf nicht über 15 Minuten, weil YouTube dringe, und ich denke, dass mein Kind stirbt, also, ciao, so, danke fürs Zuschauen, wie ihr seht, wir haben auch nicht viel bekommen, oh, Sternbonus, wuhu, okay, danke fürs Zuschauen, und, ciao,